hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge auf der ehrengrad ja wir sind in folge 46 da drüben seht ihr die stadt die nachts leuchtet sozusagen oder die häuser ganz am ende und wir stehen ja das richtig genau wir stehen hier am feld weil wir müssen nämlich doch hier die sache zu ende pflanzen so sieht es also wir haben wir noch mal soja drauf gesetzt das feld was wir kaufen wollen da hätten wir zwischenzeichen die zwischen summe haben wir dafür allerdings müssen wir bedenken dass wir da keinen hafer haben wollen sondern hoffentlich irgendwas anderes lukratives in der ersten ernte das soll dann soll der jetzige besitzer noch für uns fertig machen das war unsere idee wir müssen diese ecke hier vorne vom feld machen und drüben die kleine ecke und also der staat dieses schräge und wenn wir das haben dann ist eigentlich alles quietsch erstmal in die richtung hier und dann gucken wir mal weiter aber erst mal müssen wir erst mal damit anfangen geht dass wir den spaß fertig kriegen damit wir den guck mal habe ich das ausgestellt gehabt zwischenzeitlich fällt mir gerade ein ich glaube bei einem feld hatte ich es nicht extra ausgestellt steht da wachstum steht nämlich immer noch auf schnell wir sollten sie mich fertig haben bevor die erste wachstum stufe ist und dann nach ein zwei kleine ecken nichts haben wäre nicht so schön deswegen erstmal eine runde zu ende ansehen hier so er sagt er ist fertig das auch kein problem weil wir werden jetzt die maschine runter machen an machen und werden diese schöne kleine ecke hier selber zu ende bringen ihr seht das ist nur auch klein spaß und damit haben wir die ecke hier schon so und jetzt muss noch gucken was drüben noch fehlt ich fahre für jetzt außen zufall vom winkel her müsste das so sein dass sie hinten die breitere spur wer sind gucken wir einfach mal wie gesagt erstmal muss der spaß fertig sein dann können wir gucken so ja das ist genau das karten ende wie ihr seht und hier seht ihr unsere gute spur ich weiß nicht aber da hinten noch mal dreht oder nicht wir können jetzt auf jeden fall hier noch mal per helfer ansetzen ich weiß nicht ob er noch mal dreht sonst müssen wir halt dem gespräch dann selber sehen dass wir den spaß hinkriegen normalerweise was man jetzt nicht witzige geschichte weil anfängt richtung straße zu drehen oder fahren und der verkehr der uns hier entgegen kommt dann panisch stehen blieb und staus sich bilden und was weiß ich was alles war wenigstens ganz humorvoll so wir gucken jetzt zwischenzeitlich mal nur soja part ist noch einigermaßen stabil sag ich mal so das ist schon mal sehr gut das läuft auf jeden fall mal so ich weiß nicht vielleicht reicht es genau dass er genau seht ihr die halten jetzt schon an staubildet sich schon er vielleicht noch eine ganz schmale spur der vielleicht erkennt erkennt auf jeden fall wieder jetzt hier drehen passenderweise stehen die jungs auch so dass sie nicht im weg sind also das ist schon mal ganz passend eigentlich entschuldigung für meinen reussmann er dürfte jetzt die zu ende machen und auch die nächste bahn fahren und ich glaube dann bleibt noch ein kleiner rest für uns ist er kommt jetzt näher jetzt kommt er wieder weiter weg von der straße jetzt trauen sich so langsam sie stoppen immer noch der verkehr die bleiben echt auf seiner höhe jetzt hat er genug abstand zur straße dass sie weiterfahren ja schon witzige angelegenheiten so eine kai so was haben wir denn jetzt hier noch wo wie weit waren wir gekommen das ist die andere feuer hier müssen wir auf jeden fall überhaupt noch erstmal eine runde ballen machen und auf der anderen seite waren wir dabei ballen zu machen die ballen maschine steht da vorne wir werden die kollegen jetzt mal kurz hier ranklemmen da wir wissen dass der andere noch so ein bisschen am fahren ist so weil der wiesenpart hier der sollte mich komplett fertig sein seht ihr auch alles töfte alles gut und das zeug haben wir auch verkauft deswegen haben wir das ganze geld so simpel ist es ja nun mal und jetzt können wir wieder was um unsere persönlichen stückzahlen aufzufüllen hier seht ihr vorne ist der ansatz hier fahr ich jetzt schon mal hin so steht ja schon am hang und dann gucken wir mal wie weit der kollege jetzt hier kommt so weil ich schätze mal er wird hier den streifen jetzt zu ende fahren und dann sagen ich glaube das wird nichts da sind schon wieder die die ängstlichen autofahrer ganz leuten funktionieren wir schon gut wird es wahrscheinlich bis zum ende durchfahren rückwärts das lassen wir einfach mal ich habe jetzt einfach mal ausgemacht gucken ob wir ihn jetzt hier in dem winkel ansetzen können aber das merkt sollte eigentlich gut aus die trauen sich einigermaßen jetzt wieder vorbei es bricht ja panik aus er dürfte jetzt eigentlich drehen und dann den spaß zu ende machen und dann ist doch alles gut also brauchen wir uns keinen stress machen läuft läuft alles genau dreh ruhig dass sie durch panischte alle stehen und gleich sagt er nämlich zu uns fertig und dann fahren wir hier weg damit der verkehr auch weitergeht wir wollen ja nicht alles umsonst hier aufhalten so ja das ist dann noch mal unsere ladung so ja da hat die ganze spaß aufgenommen hat es hervorragend beendet und wir fahren nämlich vorne an den zaun um ihn einfach mal eine runde abzustellen hier momentan brauchen wir das ganze ja nur hier irgendwann ziehen wir damit wieder um richtung hoch vielleicht bauen muss dann auch einen zusätzlichen unterstand oder so ich weiß das nicht aber irgendwann geht es in die richtung weiter so jetzt sind wir bei dem kollegen das passt wir machen ihn an wir lassen den spaß runter und wir fahren los ja was wir noch gucken wollten ist wir waren jetzt so um die 500 euro mit unserer silage geschichte wir müssen echt mal gucken in welche richtung sich der preise entwickelt falls ihr irgendwelche preis ideen habt oder und ich das noch nicht gelesen haben sollte oder sowas weil ich nehme hier ein paar folgen vorab auf ihr könnt euch vorstellen dass ich zwischen weihnachten und neujahr nicht unbedingt aufnehmen wollte so ich packe den ballen jetzt mal schnell hier hinten hin irgendwo genau den packen wir hier hin sehr schön ich war natürlich wieder zu weit gefahren wie es so ist ich habe keine berechtigung ich will auch keine straße aufnehmen das macht man auch nicht straßen kann man ganz schlecht zu ballen verarbeiten so hier kommen wir jetzt ein stückchen fahren und wir sind auch schon fast wieder voll was für eine preisentwicklung oder was für einen preis kann man bei silage erzielen ich habe hier so keine größenordnung drinnen muss ich zugestehen so da packen wir denen ja wir werden natürlich jetzt hier die wiese zu ende machen und da sollten ganzen schwung ballen rumkommen hoffe ich doch mal so wir haben noch schwung ballen stehen vielleicht lohnt sich noch verkauft zu machen wir können natürlich werden er hier wickelt zwischendurch mal gucken was den preis hat jetzt nur weil es sind ja ein paar speicherstände wieder her wir sind bei 486 immer noch fallend also wir haben noch für 510 und 508 oder sowas noch verkauft das war anscheinend dann zu dem zeitpunkt echt gut dass wir die noch losgeworden sind wenn wir jetzt zu viel haben warten natürlich wieder auf den preis der auf jeden fall über 500 geht das ist klar so es sei man braucht mal notbroschen weil irgendwas wichtiges ist gerade oder sowas wird klar sowas kann sie immer mal ergeben das ist halt dann so aber erst mal erst mal geht es jetzt um das andere feld den drescher spaß und das haben wir schon das natürlich super oder guter gebraucht einkauf ich weiß nicht wie es bei dem jetzt ist ob der jetzt erhöhten reparatur aufwand hat oder nicht hätte bei gebraucht machen was wenn man das mit passend anpassen passend anpassen würde es auch schöne wenn man das angepasst hätte wäre vielleicht auch mal ein deutscher satz gewesen dann so komisch hier reagieren die autos nicht so panisch nur die fahren die einfach weiter so und da wir den nächsten ballen wenn er tatsächlich mal rechtzeitig angehalten ja es klingt ja sicher sie kommen auch ein paar ballen zusammen wir haben schon 123 das ist schon ball nummer vier wir haben wir sind manchmal eine runde also mal gucken mal gucken was es so ergibt das sind schon 16.000 liter silage sozusagen denn momentan schon wieder 8000 die wir mitmachen könnten nur knapp drunter als leider aber wie gesagt da müssen wir mal gucken das müssen wir dann man machen wenn der preis der mieter steigt und tans sei ja dürftig dann können wir lieber die sache irgendwo an einer bestimmten stelle lagern vielleicht sogar auf der fläche lagern neben unseren auf dem asphaltpark vielleicht können wir sogar schon alles dahin fahren zum laden zum auslagen was wir zum auslagern was wir verkaufen wollen weil das ist ja das grundstück gleich daneben wer vielleicht gar nicht ich weiß gar nicht ob so eine tordurchfahrt gibt könnte vielleicht eine anfahrt geben oder so müssen wir mal gucken das kann also funktionieren so ja hier hatten wir so die ecke so ein bisschen angepasst deswegen ist es ja minimal was verloren gegangen hier aber ihr seht da passt alles trotzdem noch vernünftig so auf jeden fall brauchen wir schon mal nicht an der steilkurve da den ballen drauf schmeißen das hat schon mal was sondern hier unten das heißt da oben an der steilkurve zum glück auch nicht das doch gut das läuft doch also wir haben jetzt hier tatsächlich fünf ballen einmal rumgemacht ja ich weiß über sechs das hat mir da auch noch ein sieht ordentlich aus auf jeden fall nur schmeißen ab ich will los ja auch richtig so ja die grasmenge die wir machen die wird sich noch erheblich erhöhen das ist schon mal ganz ordentlich das kann man nicht anders sagen da wird noch etwas rum kommen ja hier so steilkurve fahrerei hier aber da ist geklappt und wir sind wieder auf dem flachen und bevor der ballen kommt das passt also schon so ja ihr seht ja selber das dunkle im hintergrund das ist das feld die vorne ist ein wiesenstück aber hier vorne soll die der neue kuh stadt hin und da hinten liegt wo die macht die straße eine kurve und dahinter ist noch mal eine ausbuchtung das wird uns auf jeden fall als wiese dann ereilen oder hühnerstall hin wie man es aufteilt dann muss man mal gucken das hatte ich aber alles ja schon in dieser eine vorschaufolge erzählt da wirst du nicht mal sehen was wir draus machen erstmal wollen wir sehen dass der nächsten ball gucken wir mal ob der bauer schon was neues hat auf dem feld was wir kaufen wollen ich hoffe natürlich keine baumwolle keine kartoffeln ich hoffe auch nicht dass er daraus eine wiese gemacht hat wir brauchen auf jeden fall eine versorgungsgeschichte so wir schauen wir schauen das ganze mal auf der karte an das sieht immer noch aus wie hafer und es ist immer noch im wachstum das heißt also wir werden das erst mit unserer nächsten wachstumsphase zusammen dann erst sehen also der witz bisschen vor uns ernten er wird ein vor uns fertig sein weil wir sind ein bisschen heller im grünen wie ihr seht das heißt er wird einmal vor uns fertig sein und den spaß dann ernten schon dann können wir vielleicht schon sehen was er sieht wenn wir am ernten sind das ist schon mal ganz okay aber wir wissen auf jeden fall da können wir runde wird machen ja unser feld ist da können wir noch mal gucken damit ihr es dann aussieht wir müssen noch einmal düngen das müssen wir noch in die wege leiten das könnte man sich jetzt auch machen und von gerade ein ich habe ihn mal ausgeschaltet da war unser schönes neues gebraucht gespannt so den machen wir mal eine runde ab der dünger part steht er gleich daneben weil wir brauchen uns beim vorspulen da nicht drum kümmern ich fange hinten an das heißt ich weiß hier die dass die schreckhaften autofahrer die haben wahrscheinlich nur dann sind nur dann schreckhaft wenn es tatsächlich der helfer ist der hier fährt das ist auch okay so da geht vom winkel immer weiter zu also es reicht wenn ich hier vorne gerade noch die ecke erwische sozusagen mit düngen und den rest macht er dann erfolgreich beendet was nicht erfolgreich es kommt genau hin das sollte er also da hinten bis zu ende fahren und dann hier weiter dünnen das sollte eigentlich klappen derzeit werden wir jetzt hier wieder anschmeißen maschine wieder anschmeißen der aufnehmen aus ihnen nach unten und weiter ballen machen und derzeit kann erst düngen sprich wir hoffen dass wenn er mit düngen soweit ist dass wir mit unseren ballen hier soweit sind das hätte mich dann den vorteil dass wir dann vorspulen können so einfach ist es ist ja 20 vor vier am nach montag in game das heißt also ja bis wir soweit sind dass das noch mal ein schöner früher feierabend geht da haben wir wieder ein ballen und weiter geht so ja das ist doch schon mal gar nicht so üppelt wie ist die spur zu ende das ist gut dann kann ich mich jetzt genau den millimeter die ich da vorbei wollte ich wollte da nicht vorbei so sieht es aus und genau den millimeter die ich jetzt hier fahre das ist genau der millimeter der uns sagt dass wir am ende der folge sind heute scherz idee ist es nicht dass wir sind tatsächlich am ende für die folge freute so hart ist das leider ja etwas soll ich sagen ich hoffe es hat gefallen wirklich sehr freuen wenn ihr auch morgen mit dabei sein würdet wenn es euch gefallen hat dann lassen passenden daumen da die wirklich sehr waren teils freundungen aber spitzmäßig ja dann sage ich noch mal vielen vielen dank für die unterstützung und ja bis morgen